Hallo zusammen, hier ist wieder heute der Abend, heute bin ich wieder für euch in The World of N unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein schickes Mount, das wir über die neue Expansion erspielen können und diesmal ist es ein Klassenmount und zwar das vom Paladin. Und dort haben wir einmal Ramolid des Irdenen Weihe Kandidatens und ja, dieser Ramolid ist hier mit einer relativ netten Rüstung, wie ihr seht. Und das ist das Paladin Mount vom Irdenen. Mount Special ist jetzt nichts besonderes, das kennen wir von dem einen oder anderen Widder schon. Und wie wir das kriegen, ist eigentlich relativ simpel, ihr müsst euch einen Paladin erstellen und zwar einen Irdenen und dann habt ihr das eigentlich schon direkt beim Einloggen. Ich habe jetzt noch diese kleine Startkampagne gespielt, das sind ein paar Quests, da kriegt ihr dann noch alle möglichen Timok-Sets, das sind relativ viele, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt vielleicht ein Wort dazu, wie schaltet ihr euch den Irdenen frei? Wichtige kleine Randinformation, Irdenen gibt es sowohl für die Allianz als auch für die Horde und ihr schaltet euch das über eine Quest frei, da hatte ich auch schon ein Video dazu gemacht, aber ich erkläre es gerne hier auch nochmal ein bisschen. Und zwar haben wir einmal den Erfolg Verbündete Völker, die Irdenen und der ist unter Quests und dann Warwolf Inn drin. Und dafür müssen wir vier quasi Stränge an Geschichten abschließen. Und das erste ist die Kampagne von Warwolf Inn, das ist quasi die Max-Level-Kampagne, die können wir jetzt in der Anfangsphase vor der Season, also vor der ersten Season, tatsächlich auch schon abschließen. Ihr müsst einfach die Level-Kampagne machen und dann habt ihr nochmal fünf Kampagnen-Schritte auf Max-Level, die ihr einfach in Dornegal annehmen könnt. Das sollte relativ klar sein und die meisten von euch haben das wahrscheinlich auch schon gemacht. Die anderen drei Stränge sind Sidequests und wo ihr die findet, will ich euch hier nochmal einmal zeigen. Und zwar gibt es einmal den Sidequest Trauerhöhe, das sind insgesamt 17 Quests, wie ihr hier seht. Und es startet mit der ersten Quest und zwar zur Trauerhöhe und die findet ihr einmal auf der Insel von Dorne, auf den Koordinaten 55, 65. Und die heißt Urtago, Urtago, so rum, Urtago und der Mob heißt auch Urtago, wo das, also, oder ne, der Mob heißt Urtago und die Quest heißt Zu dir Trauerhöhe, so rum, dass wir jetzt nichts Falsches erzählen. Dann der zweite Strang, zerbrochene Werkzeuge. Da starten wir mit der Quest Weggeworfen und Zerbrochen. Hat insgesamt drei Quests und die startet einmal hier in quasi der zweiten Zone, die schallenden Tiefen. Und dort haben wir Maschinist Kit drin und der ist hier in dieser Hauptstadt in Gundagatz, auf den Koordinaten 48, 33. Und der letzte Strang heißt Merex und Stahlader. Das sind wieder ein paar mehr Quests, insgesamt 16 Stück. Da ist die erste Quest wie skandalös. Und den NPC, der sie gibt, ist hier Aldra. Und der ist auf die Koordinaten 62, 21 in der Hauptstadt, also in Dornigal. Gut, das waren eigentlich soweit die Voraussetzungen. Wenn ihr das alles gemacht habt und natürlich auch die fünf Stränge der Max-Stufen-Kampagne, dann könnt ihr euch nur so ein bisschen erstellen. Und wenn ihr euch den Paladiner stellt, gibt es dann hier dieses schicke Mount dazu. Das war es mit dem kleinen Guide. Sollt es noch Fragen geben, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.